Und damit ganz herzlich willkommen hier zu diesem neuen Video von Selbstorientiert. Heute gucken wir uns einmal den Barock in der Kunst an. Und dazu wollen wir natürlich auf die Merkmale und die zentralen Themen des Barocks in der Kunst eingehen. Und anschließend gucken wir uns auch die Künstler und die verschiedenen Werke an, die in dieser Zeit entstammt sind. Und sofort der kleine Hinweis von uns, wir haben ein Buch zu diesem Thema verfasst. Das heißt, alle wichtigen Epochen, die ihr für euer Kunstabitur bzw. für die nächste Kunstklausur brauchen werdet, sind jetzt einmal in der Videobeschreibung verlinkt. Das ist ein Buch, mit dem ihr wirklich super diese einzelnen Epochen nochmal wiederholen könnt. Falls ihr da Lust drauf habt, erster Link in der Videobeschreibung. Jetzt würde ich sagen, soll es mit der kleinen Werbung gewesen sein. Und jetzt würde ich sagen, starten wir mit dem Video. Kommen wir zunächst zu den Merkmalen bzw. den Themen des Barocks. Was hat die Künstler und was hat die Künstlerin beschäftigt? Wo kommt diese ganze Epoche überhaupt her? Und zwar ist sie ausgehend von Italien im 16. Jahrhundert, Italien generell im 16. und 17. Jahrhundert, sehr grundlegend für viele Strömungen, unter anderem eben auch des Barocks. Und hier beziehen wir uns auf die künstlerische Epoche des Barocks. Und dementsprechend ist es kaum verwunderlich, dass auch Italien hier ganz relevant war, insbesondere Rom als eine Stadt, die schon damals sehr pulsierte und entsprechend einen enormen Einfluss auf die Kunst hatte. Die zentralen Merkmale sind dabei, dass eine Betonung von Gegensätzen stattfindet. Insbesondere die Idee, dass man Licht und Schatten gegenüberstellt oder auch innen und außen in der Dekorationskunst immer wieder gegenüberstellt, sind zentrale Merkmale, die sich in verschiedenen Werken wiederfinden lassen. Das heißt, ihr werdet in verschiedenen Werken, die ihr euch hier aus dem Barock anguckt, feststellen, dass häufig ein Kontrast zwischen Licht und Schatten besteht, bzw. dass hier ganz zentrale Gegensätze gewählt werden, um entsprechend einen Kontrast zu erzeugen und entsprechend die verschiedenen Ebenen des Bildes besser zu betonen und nochmal nähergehend zu beleuchten. Das ist also ein ganz zentrales Merkmal, was wir hier natürlich bei dem Barock feststellen können. Die Farbigkeit und die Kontraste in der Lichtführung sind dabei auch anders deutlich zu sehen. Das heißt, ihr werdet auch eine enorme Farbpalette feststellen können. Ihr werdet verschiedene Farben feststellen können. Wir haben hier keine triste Farbigkeit, sondern tatsächlich eine Nutzung der gesamten Farbpalette. Und auch das ist natürlich historisch gesehen interessant, dass das bereits im 16. Jahrhundert im Barock so umgesetzt wurde. Auch bei den Themen, die wir uns gleich angucken werden, ist das durchaus verwunderlich, dass das so genutzt wurde. Dabei sprechen wir bei den Barockkünstlern bzw. bei den Werken des Barocks von einem naturalistischen Stil mit der Darstellung übersinnlicher Akte. Das heißt, teilweise haben wir auch mythologische Szenen, die dann entsprechend unter anderem aus dem Antiken enorm übernommen wurden. Wir haben hier entsprechend übersinnliche Akte, die aber versucht werden, durchaus realistisch darzustellen bzw. die naturalistisch dargestellt werden sollten. Und das ist natürlich eine Methode, die so sich in der Kunst zunächst vorher nicht wiedergefunden hat. Vorher konnte man immer ganz klar unterscheiden, was sind übersinnliche Akte und was nicht. Und hier hat man jetzt versucht, mit diesem naturalistischen Stil das deutlich realistischer darzustellen. Wir haben außerdem einen übermäßigen Einsatz von konturierenden Linien sowie farbiger Modulation. Ich hatte gerade schon einmal angesprochen, wir haben eine enorme Farbigkeit in diesen Werken drin. Und so ist es auch kaum verwunderlich, dass auch konturierende Linien bzw. diese farbige Modulation dann entsprechend stattfindet, um entsprechend noch naturalistischer zu wirken, die Darstellung noch realistischer erscheinen zu lassen und entsprechend übersinnliche Akte dann natürlich auch unterstützend darzustellen. Außerdem ist es so, dass die Malerei dadurch profitiert hat, dass eine enorm kraftvolle Bewegung in der Malerei stattgefunden hat. Teilweise natürlich auch in der Plastik. Das heißt, wir sehen hier, dass wir enorm kraftvolle Bewegungen auch im Zeichenstil feststellen können. Im Zeichenstil insofern, als dass auch die einzelnen Darstellungen der unterschiedlichen Akte bzw. der unterschiedlichen Themen enorm davon geprägt sind, dass wir kraftvolle Darstellungen vorhanden haben. Und zu den Themen ist zu sagen, dass wir natürlich einerseits diese fantasiereichen Themen hatten, die ich gerade schon einmal angesprochen hatte, mit übersinnlichen Akten, mythologischen Szenen und so weiter und so fort. Aber auch die Darstellung sonderbarer Geschehnisse und Gestalten ist ein zentraler Bestandteil dieser Epoche. Hier ist es also so, dass enorm sonderbare Geschehnisse, die man teilweise damals noch nicht erklären konnte, bzw. Gestalten, die man sich vorgestellt hat, hier tatsächlich eingebunden wurden und Teil der gesamten Epoche waren, Teil der Thematik in dieser Epoche. Die Themen des Barocks sind dabei insbesondere der Ruhm, der Triumph, sowie auch die Fantasie, wie gerade schon angesprochen. Und das Ganze ist insbesondere beeinflusst durch die Adelingen-Auftraggeber. Das heißt, der Ruhm, die Selbstdarstellung ist hier im 16. Jahrhundert von enormer Bedeutung. Die Adelingen sind häufig ja noch Auftraggeber. Es gibt kaum Künstler, die eigenständig agieren können. Anders ist die Kunst nicht zu finanzieren. Und so ist es auch kaum verwunderlich, dass diese Themen des Barocks natürlich enorm dadurch beeinflusst sind, wie entsprechend die adeligen Auftraggeber sich selbst darstellen wollen, was sie über sich selbst wissen lassen wollen. Und das findet dann natürlich hier entsprechend seine Fortführung, in dem insbesondere der Ruhm, aber auch der Triumph sehr stark dargestellt wird. Zum Ende des Barocks hin stellt man dann fest, dass diese Selbstdarstellung wegfällt. Und dann in den späteren Epochen sehen wir ja, dass der Ruhm bzw. der Triumph weniger wiederkehrende Themen sind. Also das insbesondere auch im Kennzeichen des Barocks. Kommen wir dann zu den verschiedenen Künstlern und Werken. Zunächst ist erstmal anzumerken, dass große Künstlerinnen nicht bekannt geworden sind. Man kann das kaum verifizieren. Das ist natürlich zurückzuführen auf die Entstehungszeit der Epoche. Man kann aber davon ausgehen, dass teilweise Künstlerinnen durchaus unter Pseudonym gearbeitet haben, aber tatsächlich sind diese Pseudonyme nie bekannt geworden. So denkt man, da einfach zu wenige Schriften bekannt sind. Wir wissen heutzutage, dass viele Künstlerinnen im 20. Jahrhundert tatsächlich noch unter Pseudonym gearbeitet haben, da es viele Aufzeichnungen gab und man das ganz klar verifizieren kann, dass es so war. Das ist in der Epoche des Barocks kaum so. Ich hatte gerade schon benannt, dass Italien einer der zentralen Orte ist, wo entsprechend die Kunst ihren Beginn findet, wo die Kunst sich auch entsprechend weiterentwickeln kann und verselbstständigen kann. Und so ist es kaum verwunderlich, dass Michelangelo Beresilla da Cavaglio bekannt für seine Genreszenen wird, wie beispielsweise Knabe mit Früchtekorb oder auch die handlesende Zigeunerin oder auch Judith und Holofernes. Also das ganz verschiedene Szenen, die weltweit von Bedeutung geworden sind, aber auch die Feiertelstellung der Seitenbilder in der Contraelli-Kapelle wird weltbekannt. Und was heute noch von großer Bedeutung ist, ist die Skulptur David, die zunächst eigentlich auf eine Kirche aufgesetzt werden sollte, aber heute in einem Museum ausgestellt wird. Das heißt, auch hier haben wir eine enorme Bedeutung, die insbesondere für Italien von großer Bedeutung ist, die folgenden Epochen sehr prägen soll. Und da ist natürlich Michelangelo Cavaglio sehr hervorzuheben, weltbekannter Maler und Künstler, der hier in dieser Epoche des Barocks entsprungen ist und entsprechend seine Werke präsentieren konnte, beziehungsweise zeichnen konnte. In den Niederlanden wird hingegen Rembrandt van Rien oder auch Franz Hals weltweit bekannt, sind auch heute noch natürlich Künstler, die weltweit ausgestellt werden und von großer Relevanz sind, insbesondere natürlich für die Niederlanden, aber auch dann entsprechend die Kunst geprägt haben und viele Künstlerinnen und Künstler in den folgenden Jahren noch sehr zentral beeinflussen sollte. In Deutschland hingegen haben wir Adam Elsheimer als einen der zentralen Künstler, die die Epoche in das Deutsche auch tatsächlich transferiert hat, die dann ganz zentral diese Epoche in Deutschland auch groß gemacht hat. Johann Bernhard Fischer von Erlach oder auch Hans Reichel und Johann List sind dabei weitere Künstler, die wir ganz klar dieser Epoche zuschreiben können und die sich entsprechend in dem 16. Jahrhundert tatsächlich hier eingebracht haben beziehungsweise dann folgend in Anfang des 17. Jahrhunderts. Und damit soll es gewesen sein zu dem Barock in der Kunst. Wir fassen euch das Wichtigste nochmal ganz zentral zusammen. Die wichtigen Merkmale und Themen von der Epoche, die in Italien im 16. Jahrhundert startet, sind insbesondere die Betonung von Gegensätzen. Das heißt insbesondere Licht und Schatten werden gegenübergestellt. Was bedeutet, dass Farbigkeit und Kontraste in der Lichtführung entstehen und das entsprechend dargestellt werden kann. Auch der naturalistische Stil mit Darstellung übersinnlicher Akte ist von großer Relevanz. Teilweise haben wir sogar mythologische Szenen, die dargestellt werden. Aber entsprechend dieser naturalistische Stil führt dazu, dass wir hier zwar fantasiereiche Themen haben, aber diese durchaus realistisch erscheinen. Weitere Themen sind beispielsweise sonderbare Geschehnisse oder Gestalten, die man sich kaum erklären konnte oder vorstellen konnte. Themen des Barocks sind außerdem Ruhm und Triumph, was natürlich maßgeblich dadurch beeinflusst ist, dass adelige Auftraggeber hier ihre Selbstdarstellung durchsetzen wollten. Außerdem haben wir einen übermäßigen Einsatz von konturierenden Linien sowie auch farbiger Modulation, die wir hier ganz zentral feststellen können. Außerdem gibt es sehr viele kraftvolle Bewegungen, die in der Malerei teilweise sehr deutlich hervortreten. Künstler und Werke dieser Epoche sind insbesondere bekannt geworden in Italien mit Michelangelo Cavallo oder auch in den Niederlanden mit beispielsweise Rembrandt van Rien oder auch Franz Herz in Deutschland gilt als einer der wichtigsten Wegbereiter, insbesondere Adam Elsheimer. Und damit wird es das gewesen sein von diesem Video rund um den Barock in der Kunst. Falls es euch gefallen hat, würden wir uns riesig freuen, wenn ihr unserem Video ein Like da lasst. Gerne könnt ihr unseren Kanal auch kostenlos abonnieren, das wird uns wirklich riesig unterstützen. Und ansonsten findet ihr im ersten Link in der Videobeschreibung jetzt ein Buch zu dem Thema verlinkt. Das heißt, das Buch zu dem Thema rund um alle Kunstepochen, die ihr für das Abitur braucht und für eure Laufbahn sicherlich auch wichtig sind, ist jetzt in der Videobeschreibung verlinkt, als Taschenbuch und auch als E-Book jetzt auf Amazon für euch zu kaufen. Dabei wünschen wir euch ganz viel Spaß damit und dann soll es das gewesen sein von dieser kleinen Werbung und auch diesem Video. Und dann sehen wir uns hoffentlich beim nächsten Mal wieder. Haut rein und ciao!